Der Asklepios Krebs Kongress ist für Asklepios unglaublich wichtig. Wir konnten in diesen drei Tagen zeigen, was wir alles an Forschung, an Innovation bieten können. Für mich steht dieser Kongress einfach zum einen tatsächlich nach so langer Zeit jetzt endlich mal wieder für ein persönliches Zusammentreffen, für persönlichen Austausch, für Diskussionen aktueller neuer Studien und die Möglichkeit für die Patienten tatsächlich multimodal in Zusammenarbeit mit allen Fachentitäten ja das Bestmögliche für ihre Erkrankungen auszuholen. Wir hoffen ja durch die moderne Therapie, dass auch Krebserkrankungen zunehmend eine chronische Erkrankung werden, dass wir über lange Zeit Patientinnen begleiten. Was heute Besonderes ist, wir reden heute über Versorge. Versorge für unsere Patienten, aber Versorge für uns selbst. Versorge an sich ist kein Bestandteil von unserer pflegerischen Arbeit. Grund, wofür wir uns oder wieso für den Beruf entschieden haben. Es ist eigentlich das zentrale Momentum, weil wir ja nicht Tumore, sondern Patienten behandeln. Und das zu leben und auch im Alltag immer sich dessen wieder gewiss zu werden, dass das im Mittelpunkt stehen muss, dass wir Sorge tragen müssen für unsere Patienten, das ist für mich ganz zentral. Das finde ich auch gut, dass es hier ein zentrales Motto des Krebskongresses war. Fürsorge hat für mich zwei Ebenen. Das eine ist die persönliche Ebene, dass jeder Mensch, aber auch jeder Mitarbeiter im Gesundheitswesen dafür sorgen sollte, dass es ihm gut geht und dass es regelmäßig zur Fürsorge geht. Der zweite Punkt ist der, den ich als Unternehmer sehe, dass wir dafür sorgen müssen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gutes Arbeitsumfeld haben. Und das ist die Fürsorge, die ich als Unternehmer sehe und die für uns als Asklepios prägend ist. Fürsorge in der Tumormedizin spielt auch in meiner Disziplin eine große Rolle. Ich bin ja Strahlentherapeutin. Wir behandeln und begleiten Patienten über viele Tage, viele Wochen, teilweise auch Jahre, sodass ich glaube, dass es auch unsere Pflicht ist, Patienten nicht nur zu behandeln, sondern auch umsorgen und Fürsorge zu betreiben. Nicht nur mit Patienten, sondern auch mit deren Familien. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die Rehabilitation hat als ergänzender Bereich zur Akutmedizin und zur ambulanten Medizin einen speziellen Stellenwert für die Fürsorge der Patienten, weil wir natürlich auch länger Zeit haben für die Patienten und nochmal Themen, die vielleicht in der Akutmedizin zu schnell oder gar nicht aufgegriffen werden, einfach nochmal im Rahmen des Reha-Settings dann aufgreifen können. Ich nehme alle zwei Jahre am Asklepios Krebskongress teil, weil Asklepios Krebskongress für mich als Innovation dasteht für Vernetzung und für mehr Wissen und Neuigkeiten. Mein Highlight war absolut die Session mit den jungen Forschern, wo wir vier Diplomarbeiten auszeichnen konnten. Die jungen Mediziner zeigten, wie die Profis, wie gut sie vortragen und wie sehr sie im Thema stecken. Das hat mir richtig Spaß gebracht. Der Asklepios Krebskongress ist auch besonders toll, weil wir eben viele Studien präsentiert bekommen, sowohl die hier durch Studierende gemacht werden, aber eben auch viele Wissenschaftler sind da, zeigen ihre Forschungsergebnisse und man sieht eben auch, wie toll das mit dem Tumorzentrum funktioniert, dass wir eben vernetzt sind, dass wir zusammenarbeiten, dass unsere Stärke, die Zusammenarbeit eben auch wissenschaftlich sichtbar ist und das ist ein wahnsinniger Erfolg. Ja, es liegt ja hinter uns, der vierte Asklepios Krebskongress und dann mit drei Tagen Unterhaltung und vor allem Wissenschaft, Austausch, Diskussion über medizinische Inhalte. Wir hatten über 20 Sitzungen, die zum Teil parallel, zum Teil hintereinander durchgeführt worden sind. Die beiden großen Plenarsitzungen, die eher politische Themen hatten. Und neben all dem haben auch die Arbeitsgruppen Zeit gehabt, sich zu treffen. Wir hatten elf Arbeitsgruppensitzungen, die wir beim Asklepios Krebskongress durchgeführt haben. Gerade die Keynote Lecture von Charles Swanton, der aus London zugeschaltet war, hat mich sehr fasziniert. Ja, die Daten so wirklich bewiesen, was Umweltverschmutzung und Krebs miteinander zu tun haben, wie man vielleicht auch Lösungsansätze finden kann. Aber ich glaube, das absolute Highlight ist der Working Spirit, wenn man so will, den unsere Experten mit den anderen Teilnehmern und Referenten hatten. Also was mich wahnsinnig gefreut hat, ist, dass die Patienten sich getraut haben, mit ihren Angehörigen hierher zu kommen und in Präsenz da zu sein. Und dass der Saal hier voll war, das war so gut besucht wie nie zuvor, muss ich sagen. Also richtig toll. Und was wir heute das erste Mal ja tatsächlich versucht haben, war ein bisschen experimentell. Das war die aktive Pause. Wir wollten ja unbedingt zeigen, dass Tanzen den Geist befreit und dem Körper gut tut. Ich glaube, man hat so gut gesehen, die Patienten, die sind so dankbar, die haben das mitgemacht. Da gab es kein Schamgefühl, gar nichts. Ich habe keinen gesehen, der auf dem Stuhl gesessen ist und nett mitgemacht hat. Ich glaube, die Zukunft sind Hybridveranstaltungen. Der Kongress ist immer eine Teamleistung und zwar von denjenigen, die es organisieren, noch viel mehr von denjenigen, die Beiträge leisten. Aber sehen Sie mir es nach, dass ich mich freue und auch stolz bin darüber, dass wir die höchste Teilnehmerzahl erreicht haben, die es bei einem Asklepios-Krebskongress bis dato gab. Und dafür geht die Faust nach oben. Onkologie ist Teamarbeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal.